deswegen muss ich nicht auch machen das problem ist das dass du dadurch musst du kannst du fliegst ja dann ins wasser du kriegst dich das idee sein sondern das muss dann dadurch das heißt du musst du von vorne mit der ball anfangen ist jetzt aber jetzt mache ich das so ich kann ich darf es ja nicht ich dachte es ist aber auch so funktionieren super toll jetzt das portal ist das und dieser neue ball kommt jetzt einmal ich werde gewonnen das ist allein zu hause das allein zu hause ja nur jetzt auch einfach ja ich weiß dass es ist aber eher nicht ich weiß an das klingeln aber egal ist das jonas aber es ist erstmal egal lieber jonas wenn du dir das video anguckt wir haben dich eiskalt ignoriert das war philips idee was wollte ich jetzt überhaupt machen ach so ja genau so jetzt ähm musst du mit dem ball das ist echt kompliziert alter daran haben wir glaube ich auch schon mal gesessen ein bisschen länger wie war das jetzt normal äh genau setz dein portal mal dahin das hellblaue genau und zwar muss ich kannst dein ball da oben rein drücken irgendwie den ball ja ja mach dann reicht ja der ball na stimmt was denn dann loslassen genau dann kann ich jetzt muss das gelbe ist dahin warte ah jetzt musst du raus genau jetzt kann ich nämlich das das da jetzt mache ich erstmal auf der anderen seite und zwar da und dann noch da oh gott oh gott oh gott oh gott egal sehr schön oh mein gott ich kann nicht länger schweigen allein würdest du das rätsel schneller lösen orange wirft dich zurück siehst du mal wie schlecht du bist Gregor ich werde hier in rekordzeit demontiert und ich sprachen eben über dein verhalten in den letzten tests tja das stimmt orange werden 75 kollaboration und punkte abgezogen ach du scheiße ach du scheiße was ist denn jetzt das geht so erstmal nicht aber das geht oh und äh ja äh irgendwie muss man doch katapultiert hätten können oder so wenn ich ah nein ich weiß ich weiß ich weiß wie was eigentlich schon wie man das machen könnte man muss gerne nennen das ist nicht genug man muss sich fallen lassen irgendwie ah klar so blöd da und da dann ist das gelbe einfach umsetzen auf und da was mir jetzt nicht so viel gebracht hat ja ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich muss das gleich nochmal machen mach den gleich scheiß nochmal ich muss ja ne ich muss nicht aufm kopf drauf sondern ich muss äh ich muss jetzt quasi das rote portal ich muss das für dich machen warte ich muss das für dich machen nein 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 stimmt schon geh auf den knopf drauf geh auf den knopf drauf und setz gleich dein portal dahin nein warte noch nicht setz gleich dein portal dahin ja zuerst muss ich das dunkelblaue warte zuerst muss das dunkelblaue ah ja das hellblau das ja das hellblau dahin ja ist ok ist ok ist ok ist ok ja ich sehe ja wenn du fällst ich sehe wenn du fällst du musst schon auf dem knopf drauf sein oh ich stand gar nicht auf dem knopf drauf ja das war das in der sache ok also 3 2 1 jetzt jawoll ja soll ich jetzt auch drauf stehen bleiben vielleicht ja ja das wäre ganz gut weil dann kann ich nämlich jetzt hier den würfel holen und das gleiche können wir dann nochmal machen und dann zwar zu zweit ich kann schon vom knopf runter gehen sein so jetzt kommt das wieder ich bin es komplett ne ja doch wir müssen dabei sein so alles kannst du aber dann liegen damit portal nicht mehr hinsetzen doch auch noch kann ich wenn ich runterfalle mach naja ich war jetzt sowas von dem weg die wir haben es beide nicht geschafft ja aber ich bin gestorben warum nicht gestorben weil du in diesen komischen Bohrer gefallen müssen ich bin schon davor daneben gefallen ich bin gar nicht erst durch das portal durch ich bin gar nicht erst durch das portal durch so also ich kann das wahrscheinlich doch einfach einzeln machen ja klar mit Okay, auf die Pätze. Fertig. Ah, das kann ich auch einfach hier reinfallen oder nicht? Also ich muss erst zuerst wieder hochfallen. Das heißt, dann kann ich die jetzt von hier aus das Portal da hinsetzen. Ne, jetzt kann das geht nicht so rum. Du musst ein Portal... Klar, 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 ich muss das aufbau einfach. Okay, wenn du es meinst, du siehst, du kriegst das im selben Moment noch runterfallen und gleichzeitig das Portal setzen. Bist bereit? Ja. Musst du schnell umsetzen? Ja, ich muss umsetzen. Ja, du brauchst. Deswegen geht es ja nicht, deswegen musst du dein Portal da hinsetzen. Weil ich auch beide umsetzen müsste. So, und jetzt setze ich nämlich meins da hin. Na gut. Bist du bereit? Dann los. Jawoll. Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Oh ja, einfach. So, ging eigentlich. Super schnell gelöst, ohne Fehler. Ja, ich hätte daran haben wir letztes Mal zwei Stunden gewesen. Schneide den Scheiß einfach so, dass es aussieht, als ob wir beim ersten Mal schon alles schaffen. Oh, beim ersten Mal direkt, wir sind voll die, voll die Heroes. Im Prinzip könntest du eigentlich da sowas machen wie einfach im Menü. Ich muss mal schnell was umstellen. Jedes Mal, wenn du in eine neue Kamera gehst, dann nimmst du das mal als Schneidepunkt. Ja. Schön, ja. Ja, alles klar, alles klar. Ja. Oh ja, wo müssen wir hin? Äh, wir müssen zur Tür. Ich erzählte gerade, wo ist die Tür? Dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken es reicht. Nee. Da müssen wir hin. Da müssen wir auch rein. Da müssen wir hin? Ja. Das war auch ein Pfeil, ne? Pfeil und ein Männchen. Heißt das, dass das Männchen da oben rein muss? Äh, da geh ich von aus, ja. Okay, versuch das mal. Ich frage das nach da und zwar nirgendwo. Aha. Oh nein, nicht die Kammer. Nein. Ich hab's geschafft. Ah, ich weiß noch. Daran haben wir auch so lange gesessen. Obwohl. Nee, ne? Ah, nee, ne? Ah, nee, doch nicht. Ah, doch nicht. Ah, okay. Vergiss es. Vergiss es. Warte, was ist denn jetzt, wenn du... Ich dachte, egal, ich hätte eine total einfache Lösung gefunden. Aber das hat sich... Ich hab auch eine total einfache Lösung gefunden. Ja, warte kurz. Hör mal runter. Ah, nee, da muss aber leider erstmal... Oh, scheiße. Äh, warte. Setz mal. Warte, ich bin grad, was... Mal probieren. Das rote muss jetzt da hin. Genau. Und jetzt das rote da hin. Also rüberkommen ist schon mal ganz einfach. Genau das war mit dieser Laserkammer. Da haben wir auch lange dran gesessen. Da haben wir lange dran gesessen. Und zwar muss nämlich hier der Laser rauskommen. Dafür muss das andere Portal da hinsetzen. Wo muss denn hier überhaupt ein Laser? Der Laser ist da oben drin, das weiß ich noch. Wie kommt man da hin? Äh, das ist eine sehr gute Farbe. Muss auf jeden Fall... Achso. Irgendwie so. Ist doch klar. So rum. Also da reinzukommen ist nicht das schwere. Das kann man einfach so machen. Da rein. Und ich bin drin. Ich bin drin. Nein, ich bin nicht drin. Ich bin runtergefallen. Aber ich kann rein. Ich bin jetzt auf dem Weg rein. Ja, ich auch. Ne, nur einer. Ist doch schon mal. Egal. Wir müssen aber diesen Würfel da safen. Einer von uns muss jetzt diesen Würfel retten. Genau, das kann ich machen. Oder machst du das? Ne, mach du das. Einer von euch, sagt der. Einer von euch, ja. Einer von euch. Achso, da kann ich ja eigentlich jetzt einfach... Ne, kann man einfach so safen. So, lass fallen. Nein, schön. Ja, perfekt. Ja. So, und den packen wir jetzt wieder da hin. Und den bringe ich dir jetzt hoch. Achtung, der kommt. Danke. So, jetzt muss ich den Laserstrahl hier reinlenken. Aber zuerst muss ich... Der andere hat er natürlich... das Portal setzen. Das heißt, ich muss rüberfliegen und du musst mich rüberleiten. Das heißt... Ähm. Einfach... Naja, ist kein Ding. Mach einfach... So, was hast du gemacht? Ja, hier rein. Ich muss mich umleiten. Genau, oder so. Warte, ich spring rüber. Ähm. Und zwar... Genau. Musst du jetzt... Du musst genau auf die richtige Höhe, ne? Auf die richtige Höhe zeigen. So. Jetzt. Perfekt. Und... Da. Da. Nicht hoch genug. Egal, ich weg nochmal rüber. Ja. Das rote ist immer noch hier, ne? Also von daher. So... Und zwar... Jetzt hier. Ja. Okay. Und... Jetzt da. Perfekt. Ja, Treppe ist hoch. Jetzt musst du das gleiche auch nochmal machen. Ja, ich komm schon. Okay. So schwer war das jetzt nicht. Ja, ne. Jetzt sind wir hier jetzt mal das gleiche. Ach du scheiße. Da haben wir so lange dran gesessen. Ja, und jetzt ist es einfach wieder innerhalb von... Zehn Sekunden, wie ihr... In der letzten geschnittenen Version seht. Jetzt ist einfach alles erledigt. Ja. 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 Bzw. Eigentlich ist das ja nur für Philips PC irgendwie, äh... Weil du... Deiner musst du nur wiedergeben, oder nicht? Ja, ja. Klar, klar. Soll ich es ausprobieren? Man, mir archivt ihn keins ja nicht, ne? Ja, komm. Ich probiere es einfach mal. Ich mach gleich mal einen Schnitt. Meine Lianen sind schon bei der Hälfte übrigens, Philipp. Ah krass, die wachsen ewig, ne? Ich hatte die Schere ursprünglich auch nur gebaut, um mir Lianen abzuschneiden, um mein Haus zu dekorieren. Ich hab das dann nachher erst erfahren mit der Wolle. So, Bildübertragung funktioniert schon mal nicht. Na, ist nicht schlimm. Da protestiere ich jetzt aber ausschärfst. Ach doch, hat doch geklappt. Das ist vor mich irgendwie rausgegangen. Was bist du? Ne, ich hab hier grad, äh, den Glauben der Stunzug. Das sieht so sehr nicht aus, wenn man sich selbst durch irgendwas durchfliegen sieht. Ach ja, ich hab auch vergessen hier. Du bist ja drauf wegen, du musst ja da durch. Guck mal, soll ich was lustiges zeigen? Ah scheiße. Aber den kannst du dir jetzt zurückholen, den Würfel. Du kannst auf den Knopf stehen bleiben. Und mich direkt mit rüberholen. Okay, ist gut, ich bin da. Und, ja, wenn du jetzt auch noch... Okay, knapp drauf stehen. Philipp? Philipp? Ja, ja. Hast du es? Du hast es irgendwie weg. Ne, ich hab nichts mehr. Du hast es gesagt. Ach so, ja, warum lacht du denn nichts? Ja, von was soll ich dir was sagen? Ich muss doch nicht reden. Die ganze Zeit... Ja, uns fehlt jetzt irgendwie ein Knopf.